Nein, dann sehen wir doch. So, wo ist ein Bremsler gerucht? Noch mal wieder, geht das auf. Ich bin doch auf der anderen Seite. Ich weiß doch, da ist eine Ausgabe. Aber warum jetzt krank ist denn noch? Ja. Ja, das ist ja auch. Luke, hör mal. Hör mal, hör mal, Luke, hör mal. Was ist das? Lass mich mal gucken. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Ich seh hier vor, den Nikolaus sind. Ist da Nikolaus drin? Da ist Nikolaus drin. Der Nikolaus da drin? Ja. Wollen wir die Tür aufmachen? Ja, aber die ist drin. Oh, ist das alles schwer. Oh, ja. Oh, jetzt müssen wir noch mal ein. Das kann ich sein. Soll ich auch machen? Oh, ich bin durch das Fenster diesmal gekommen. Oh, das war ja ein Fliegengitter vor. Da bin ich mit dem Bad hängen geblieben. Aber ich hab mich nicht bei Oma auf das Fenster gesehen. Nee, ich bin heute ganz vorsichtig angeschlichen gekommen. Ja. Ja. Wolltest du mal gucken? Oh, ich habe, ja. Hallo? Oh, man ist ganz, ganz aufregen. Guck. Aufregen. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kenn deine Atem. So, soll ich wieder gehen? So, soll ich wieder gehen? Sag mal, du läufst dich einfach weg. Soll ich wieder gehen? Nein, sag mal. Soll ich wieder gehen, ne? Ich habe jetzt nämlich mal ganz viel tragen müssen. Ja, das konnte ich nur durchs Fenster. Ja, ja, was hast du dir zu Weihnachten denn gewünscht? Äh, weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Was ist denn zu klein für dich gewesen? Dein? Mein Bett. Mein Bett. Dein Bett. Und das letzte Mal war ich hier, da hatte doch die Tante Ina eine Krabbe an der Wand gemacht. Ja. Und da wolltest du ein Bett. Ja. Und da habe ich gedacht, du kriegst ein Piratenbett. Willst du ein Piratenbett? Ja. Dann komm mal gucken, guck mal, was ich gebracht habe. Ja. Oh, Luki. Dann ist für dich zu Weihnachten. Ja. Ist das schön? Ja. Läng dich mal schnell rein. Ja. Und ein Piraten, was ist denn das noch? Wird das auch noch aus der Tasche gefallen? Ja. Oh. Ich muss mich mal ein bisschen da hinlegen. Da bleibt doch mal in das neue Bett. In das neue Bett. Oh, schau mal. Mit Piratentettis. Oh, guck mal. Ist das schön? Freut dich das? Ja, Papa. Ja, Papa. Ah, da wurde lange. Da habe ich auch noch aufgehängt. Oh, ho, ho, ho. Oh, guck mal, was da auch noch neben dein Bett ist. Guck mal. Hm? Eine Piratenkiste. Schätze, Schätze. Oh, klasse. Was ist das für einer hier? Guck mal. Oh, das ist auch eine Matze. Matze. Ja, auch mit Piraten. Ja, da kann ich auch schlafen, ne? Ja, ja. Oh, look, look. Look. Ja. Und noch mit dem Drahtierstör. Kannst dich draufsetzen. Was denn her? Kannst du jetzt... Oh, jetzt kannst du deine Nappis da. Kann ich mich mal mit dem Kleinen hier unterhalten? Na, Nappi. Wird ich unterhalten mich mit dem Kleinen, nicht die Andere. Was gibt's hier gleich was auf dem Hintern? Ruhe hier. Sag mal alle Ruhe. Alle Ruhe. Ich würde sagen Ruhe. Na, andere müssen nicht immer quatschen, ne? Nein. Ich brauche noch mehr Geschenke für dich. Ja. Ja. Brauchen wir die mal im Wohnzimmer gucken? Ja. Freut dich das denn alles? Ja. Ist das das richtige Bett? Ja. Ja? Ja. Dann gib mir mal einen großen Kudel. Komm mal her. Ja. Oh. Toi. So, dann bleiben wir mal jetzt ins Wohnzimmer, he?